Das Problem ist, dass sie jetzt natürlich mehr Minions haben. Hm, ist alles auf mich geböllert. Tatsächlich, was relativ feines, weil der ADC das nicht gekriegt hat. Oh, hat sie mir das doch scheren lassen, das wäre geil gewesen. Oh, du gehst raus. Das ist natürlich ungünstig. Damit rechnet halt keine Sau. Okay. Ich will eigentlich Base-Came und mein Geld ausgeben. Das solltest du auch, weil sie ist gleich da. Boom. Ich bin da auf die Lust. Ich hau Leute ins Gesicht. Hahaha. Hm. Joa, ne. Joa. stehe ich halt 4-0 was ist das Alter geht's noch so sehe ich das aber hier nicht so sehe ich das aber hier nicht ey ich will hier die vor Ort klären und dann machen die meine ADC ich glaube es hackt oh sie geht back das ist natürlich kacke das wollen wir vielleicht nicht tun oder das überleben ist ein Wunder Alter Schwede Moment mal da war noch jemand 4 Leute ach der fucking Jungler war auch noch da hmmm das ist so schwer dass sie das nicht überlebt das ist natürlich shit ist halt viel zu late das muss man mal ein bisschen aufdecken Alter wurt doch mal den shit ok wenn du mich nimmst ist ok das ist fein für mich ich mach mal das da lol klingt dominierend ich hab halt kein Mann mehr bin halt nur Tank gerade aber das ist relativ gut aber das ist relativ gut weil der Rest ist fat as fuck jetzt kommt mir zu viele für mich gefühlt vor allem er hat das was ein paar Mexiko sie...fucking... Okay, er will nicht mehr, oder was? Sorry, mate! Oh! Töte ihn! Sonst hätte ich ihn jetzt getötet! Nice! Mach den da! Oh nein! Das will ich nicht! Nene! Nice! Ja, gehen wir mal mit! Leben! Leben! Oh! Oh, die haben aufgegeben! Alter! Mann, das ist die Nautilus Carry! Holy shit, Mann! Ist es wieder gehalten! Der legendäre Nautilus Support! Also, das kann ich wirklich was sagen, die Legende ist da!